Was ist denn jetzt hier mit dem Schützen? Ich bin Zwilling, weiß nicht was wir denn schützen. Na ja, der kann ja nicht auf drei gleichzeitig schießen. Nee. Alle drei. Eins, zwei, drei. Ich bin so fertig für heute. Ich bin durch. Nicht den Bohrer mit der Pfote anhalten. Wie macht man das sonst? Mit dem Auge. Achso, am Kraftberg. Ich dachte hier am Krater hier irgendwo. Ah, guck, hier war der Lootgeier. Wir sind aus dem Weg, Junge. Die Grafikkarten sind meine. Hab ich dir erzählt gestern? Ich hab eine Grafikkarte gefunden für den Beute. Wer? Na ich, für dich. Wann? Alter, ich bring... Du willst? Oh, der kriegt nie wieder eine. Ey, gestern war auf Interchange, Alter. Ich knall ihn gleich ab. Warum geht denn hier in den Aramid? Weiß ich nicht. Aramid. Ich muss mich erst mal... Hipstopper, ne? Ich muss mich erst mal salben. Ja, Hipstop. Die guten Luckys lassen wir da liegen. Hattest du nicht gestern Kodora gebraucht? Nee, nee. Hipstopper. Hipstop. Na dann auf ins Kraftwerk. Dann gehen wir Hipster erschießen. Boah, das ist jetzt eine Granate, ne? Aber er hat's grad so komisch geklackert, Alter. Ich dachte, dir fragt jemand eine Granate rein. Aber bei mir flackert es jetzt in letzter Zeit nicht. Also auch da ich festgestellt. Ja, nee. Guck, die haben da mit dem In-Patch gemacht, ne? Aha. Stimmt, die Soundbacks sind hochreiniger geworden. Ja, ja, stimmt. Da hatte ich das Gefühl. Da hatte ich das Gefühl. Hier kommt eine Granate reingefahren, oder? Über Cottage? Ja, na klar. Also über die Bälle. Ja, ja. Ich hab Schlüssel mit, glaube ich. Ja, und dann waren wir nochmal auf Reserve. Aber da hab ich glaube ich noch nicht gestreamt. Da haben wir auch gut aufs Maul gekriegt. Beutel und Benji hat's da hingerafft. Ich hab den erschossen. Und als ich raus wollte, hat mir einer einen Rest gegeben. Das war sehr traurig. Ich hab geweint. Ich weine sowieso immer. Abends dann heimlich im Bett. Wenn ihr alle weg seid. Was soll ich? Kuschel ich mich ins Kissen. Und zerdrücke ein paar Tränen. Besser als Pickel. Besser als Pickel. Oh, der Beutel ist so geil ja manchmal. Beim Pickel zerdrücken kommen auch manchmal die Tränen. Ja, das stimmt. Ich kann mich dumm verinnern. Ich bin in der Garage? Sind wir in der Garage? Nee, wir sind alle in dem Haus. Wir bewegen uns jetzt nicht. Nee, alles gut. Ich bin in der Garage. Wir bewegen uns jetzt. Gleich Headshot durchs Fenster. Beutel, bist du das? Ja. Du willst Willers nachmachen, ne? Oh. Ich auch. Das klingt komisch. Das klingt wie Hunde gebellt. Geh mal weg da. Ich will den Scaf töten. Na, da ist es hier, Alter. Bist du taub? Wo ist denn der scheiß Ausgang? Ach, hier. Hab die Türe nicht gefunden, Alter. Blind und taub. Ich bin in der Garage. Okay. Wo ist denn die Garage, Alter? Ja. Wieso willst du Benji erschließen? Oh Mann, wir sind schon wieder voll die Chaoten hier. Ah ja. Konzentrationen-Männer. Wollte ich die Tür aufschließen? Was? Soll ich mal die Tür aufschließen jetzt? Ja. Also, Benji schließt es auf. Ich seh dich. Den Tagertieb drückt er sich am Cottage rum. Den Strauchdieb. Führ's auf. Auf die Bucht da rein. Oh, wie er reinrutscht, Junge. Elegant. Zu faul den Fuß zu belegen. Machst du hinter mir? Ja. Wenn hier Granaten reinfliegen, dass wir keine Chance haben, rauszukommen. Das ist sehr gut. Du bist so pfiffig. Herrlich. Reule, ich hab dich schon immer für deine Pfiffigkeit bewundert. Ich weiss gar nicht, wo hier Scheißloot ist. Hier steht ein Fahrrad. Ich hab ein Fahrrad gefunden. Weg eure Klaufoten. Du lootest die Tresoren nicht. Na, weil wir keinen Schlüssel haben. Der eine ist offen. Hast du einen Schlüssel für den Tresor? Ich hab einen Tresorschlüssel. War aber doch klar, dass ich den Waffenschrank öffne? Wenn eine Vase drin ist, krieg ich sie, ja. Was, eine Vase? Ich guck mal kurz rein, was drin ist. Kannst du gerne haben. Ne, ich will nicht. Ich bin glücklich mit nichts. Da ist ja Pferdchen drin bloß. Sanitar kann auch auf der Baustelle sein, okay? Beul ist Pfiffi. Sanitar brauch ich glaube ich auch. Den muss ich auch einmal erschießen. War es einmal oder mehrmals? Ich glaube einmal. Da brummt doch schon wieder so ein Skeff da draußen rum. Jetzt mach ich den Spuk ein Enter. Aber wo? Oh, ich hab eine Granate geworfen. Ich voll Idiot. Wohin? Du Trottel. Ich hab meinen Verstand verloren. Hat es jemanden zerrissen? Ne, ne. Okay. Ich weiß das nicht richtig. Boah, ey. Was für Chaoten, Alter. Ich bin nicht mehr am Stand ernst zu spielen. Ey Beutel, geil. Wie machst du denn das, Alter? Sag mal. Du musst alt und weh drücken. Ja, geil. Wie im Ghetto. Wenn jetzt einer der Sense da reinguckt. Aber ich weiß gar nicht, wie schnell ich das im Spiel machen soll, Alter. Wie schnell finde ich die Tastel-Kombination. Das sind doch echte Freaks, Junge. Das passiert mir immer, wenn ich das Scope umschalten will. Okay. Ja, ja. Das ist noch eine Jäger. Eine Jäger. Ähm. Ja, jetzt. Ich wollte vorhin irgendwas machen. Jetzt hab ich's vergessen. Sag mal, das läuft die? Ah, schau. Ey, was hat man denn? Ich würg auch Oden ins Boot geholt. Ich geh ein, Alter. Schau. Ja, ne. Die hab ich aufgemacht, weil ich raus bin, als die Granate kam, Alter. Dann wusste ich ja nicht wohin das heilige Ding flog. Und außerdem war hier noch ein Scaff irgendwo. Ich wusste ja. Ja, gute Frage. Deine Granate hat mich erschüttert. Ich hab eine Gehirnasche davon getragen. Wahrscheinlich ist er auf der Baustelle. Ist einer. Mhm. Wie, warte mal. Wer hat das gesagt? Knolle. Knolle meint, er kann auf der Baustelle sein. Äh. Wo ist die Baustelle? Da. Da. Ich sag doch, Beutel. Blind. Mit Blindheit gesegnet. Der ist auch so ein Stash links. Ja, den klau ich euch. Sollts mal sehen. Nichts gibts. Ich guck mir jetzt mal rein. Ich decke euch. Ich hab gelernt, dass Türen eintreten gut ist im Moment. Mhm. Du alter Deckhengst. Hä? Auf gehts, aber eintreten kann man sie nicht. Okay. Okay. Ich wollte gerade raus den Skeff wolltest du mit einem Fifi abschmeißen. Meinst du mich oder Benshee? Ich weiß, ich hab schon wieder komplett, wie gesagt, die Granate und da war es aus bei mir. Da hab ich die Lichter ausgemacht oben im Oberstübchen. Wo seid ihr? Wie sie sich da hinten rumdrücken. Alter. Wir laufen hier rum, als wären wir allein auf der Map. Auf jeden Fall. Aber gewisse Steps muss sein so unverkehrt. Ja, natürlich. Wir treten sehr selbstbewusst auf. Trotzdem erschießen wir alles, was uns unter dem Weg läuft. Du bist voll giert unterwegs. Nur das Feinste von Feinsten. Voller Gier meinst du? Voller Loot Gier. Wo seid ihr? Über der Brücke. Wir laufen. Okay. Ich geh mit. Oh, schießt du von uns? Ja, ich hab keine Ausnahme mehr, verdammte Axt. Von wo schießt es, Alter? Ich hab Angst. Rein. Ohne auf. Wer läuft da einfach? Wer läuft dort? Das bin ich. Das bin ich. Ich komm auch. Ich denk das war von oben, vom Häuschen. Äh, vom. Vom Häuschen, vom Ressort. Meinst du vom Ressort? Ich mach auf Beutel, hey? Hey. Er sprecht nicht mal mit mir, hey? Ja. Ressort. Da hast du die Köpfe unten, ne? So, jetzt musst du erst mal gucken. Ich hab grad die Map nicht geschafft. Ja, sind ja. Ah ja. Ist ja auf Intelligenz. Wenn du denn da bist. So. Oh, das brauch ich. Ich glaube niemand von uns kann mit dem Folder of Intelligenz hier irgendwas anfangen heute. Jetzt in dem Rand. Hey, wo ist denn der nur? Ja. Der ist hier nicht, Benji. Was, der Folder of Intelligenz? Dann ist er nicht da. Den kippt? Wahrscheinlich. Das ist falsch generiert. Außerdem hat mich Benji getrollt. Den kippts doch nie. Nee, ich meine, ich muss doch hier oben meine Mission machen. Das meinte ich. Hä? Doch, hier liegt's. Da sind sie. Ehrlich? Was musst du hier machen? Nee, hä? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier eine Mission hatte hier drin. Er will irgendwas abholen. Warte mal. Ich guck nochmal. Was musstest du für eine Mission machen? Bleib ruhig. Bleib bitte ruhig. Ich werd zittrig. Ich werd zittrig. Nee, das war's nicht. Sag doch mal, was du machen musst. Jetzt, ich such doch grad die Mission erst mal. Er ist Missionar. Und heute Abend findet er die Missionars Stellung heraus. Siehste, ihr seid schuld, dass ich hier nur Scheiße quatsche. Er hat mich voll aus dem Spiel gebracht. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es passiert. Good one. Oh. Son of a. Da fehlt doch Bitch, oh. Bastard. Boah. Ach, Jägers Fotoalbum soll hier sein. Hier? Nein, das ist im Ressort. Ja. Echt? Na klar. Hä? Aber da stand doch, dass ich diesen Schlüssel brauch. Nee. Das halt ich für ein Gerücht. Warte. Ich guck nochmal. Entweder haben sie alles geklaut, aber. Aber denkt an den Schützen da draußen. Ja. Nostalgierer. Stimmt, der Schrank sieht wirklich anders aus. Das ist dein Typ. Aber hier. Documents Case. Key to Help Station Storage. Ach nee, das krieg ich dafür. Das versteh ich immer nicht bei dieser Tarkov-Seite hier. Ist jemand hinten drin? Im Büro? Da steht doch Requirements, Belohnungen und Aufgabe unten. So, nee. Da war ich schon ein Benji. So. Okay. Also müssen wir quasi ins Ressort rein. Eigentlich ja. Ja. Der passt halt in den Schlüssel. Oder? War das ohne Schlüssel? Läuft einer draußen rum? Ich lauf oben in dem Ding noch, in dem Kraftwerk. Wie draußen ist einer? Pst. Oder? Warst du das? Ich hab auch gedacht, da läuft einer draußen rum. Beutelstiefel da oben glaub ich übers Karré. Komme. Seid ihr schon raus? Ne, wir sind hinter dir. Wir haben uns versteckt. Wir haben uns versteckt. So, naja. Dann müssen wir... Wir haben... Jetzt haben wir den Schlüssel. Ich bin drunter. Ist ja alles für den Arsch. Welchen brauchst du? Weißt du das? Open this door. Wo steht das denn? Warst du nicht grad auf der Seite? Bei Requirements? Ja. 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 Da steht nur, must be level 28 to start the quest. Was? Ich sag mal, wie die heißt. Ich guck kurz im Internet. Okay. Nostalgia. Ja. Warte. Wir brauchen... Story, Leute. Dass ich so great bin. Du musst nur in den Raum... 303. Und der ist nicht verschlossen. Achso. Na dann. Hinein. Ins Vergnügen. Da können wir ja doch noch abgeknallt werden heute. Super. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst bei Schafenzeilen raus. Was ist denn jetzt hier mit dem Schützen? Äh. Ich bin Zwilling. Weiß nicht, was wir denn schützen. Naja, der kann ja nicht auf drei gleichzeitig schießen. Nee. Alle drei. Eins, zwei, drei. Okay. Ich bin dort. Ich auch, alter. Ihr seid mir ein paar Jungs. Alter, wo war... Was ist da los, Junge? Ja. Ja, ich... Ich bin so fertig für heute. Ich bin durch. Er konnte auf alle drei gleichzeitig schießen. Benji, bist du auch tot? Da bin ich raus. Vielleicht weiß er nicht, dass wir zu dritt sind. Ja, das wär lustig, Benji. Leck mich doch. Dann warte, bis der uns lootet. Und dann schießen eiskalt in die Schnauze. Mhm. Aber warte wirklich. Mach jetzt keine Faxen. Hm. Ich wollte gerade sagen, rennt nicht. Da war es schon passiert. Naja, aber Schleichen wäre jetzt nicht geworden. Ja. Also, der hätte uns so oder so erschossen. Man hätte wahrscheinlich Beute opfern müssen, sozusagen. Beute als Ersten rausrennen lassen und dann gucken, was passiert. Wenn wir die Schnauze halten sollen, sagst du Bescheid, ja. Ja. Aber bester Rand des Tages, muss ich mal so sagen. Auf jeden Fall vom Fun-Faktor her. Ja.